Musik Oh, nö, oder? Ja, sicher. Was? Bibi? Nein. Was, Sandra, ganz ehrlich? Jetzt fühl mich an, Moe, und du fährst mit dem Wunscher rum. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Das macht schon wieder gut aus. Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Bitte nicht filmen. Was? Ihr mitkommen. Ja, ich komme schon mit, Moe. Ich kann nicht, wie die Kamera gehen, das ist. Musik 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 Und dir. Ich glaube auch. Ich bin so arschig. Was war's? Es filmt jetzt. Ja, genau. Ein Arm fällt ab. Er fällt ab. Ah! Das tut schon so weh. Ein Arm. Hallo. Begrüßt du uns vielleicht mal? Entschuldigung. Das ist ja ernst. Die unfreundlicheste Pferd, bitte. Pilgrim. Kst. Pilgram. Komm her. Es spinnt der auf dich, oder? Ja, hallo. Grüß Gott. Können wir das so lassen? Ja, sicher. Warte mal. Wie viel. Das Ohr. Wie viel. Das Ohr. Wie viel. Warte mal. Oh, das ist was. So. Ah, du so. Hilfst du dem Pipi, dass wir das alles schön sauber machen? Nein. Pipi. Angenehm sind nicht weggegangen. Draust ist immer okay. Alles klar. Ja, ihr seid fertig. Verstanden. Gut machst du das, Maus. Du kannst zu mir keine Kamera. Alter, das schwenkt ja auch voll. Was hat das Ding für ein Problem? Ich hab das gleich mal runtergehauen. Warum schwenkt das mit? Oh mein Gott. Was, die Kamera? Ja, das bewegt sie. Ja, das ist ein Gimbal. Was? Ein Gimbal. Was heißt das? Oder Gimbal. Wie man das ausstellt. Heißt das, dass das sie bewegt oder wie? Das ist ein bewegliches Stativ, was stabilisiert. Pipi. Hey, ey, sag mal. Was? Was machst du? Maus. Was machst du? Was hast du denn? Bei der Halsgesichtkeit. Wart sei Mähne, da passt noch irgendwas nicht, da hängt was... Ja, er hat zweiseitige Mähne. Ja, das geht jetzt nicht für Fotos. Pfff, das geht jetzt nicht für Fotos, sehr gut. Er hat nur zweiseitige Mähne. Ja, dann... Wie schaut denn das aus? Ja, okay, ich nehm's drauf. Warum nimmt's nicht seine Schokoladenseite? Geht das nicht? Ich glaube, er hat noch eine Tane. Okay, wie ist das? Passt. Unsere Wachhunde. Es ist jetzt genug. Es ist genug. Haben sie gehört? Nein. Ja, das ist mein letzte Video. Aus. Ich will mehr Videos. Ich will mehr Videos. Aufschubelaren. Wie schau ich eigentlich aus? Super schaust du aus. Sie sind mir nämlich gerade so... Hm... Ich muss einen Scheiß lassen. Ich hab's mir noch nicht abgelassen, ne? Ja, toll! Wie ist das denn ordentlich jetzt auf ihr? Ja... Nicht gerade, du musst doch vorkommen. Aber was das... Der Pippi ist auch nicht anders. Wie ist das? Ich bin auch hier auf dem Geschirr. Oh, nicht, oder? Da will ich mir auch mal eine schöne Aufnahme machen, Pippi. Sind Sie ready? Bis, Frenz. Was? Okay. Hi, Pippi. Was? Du bist gerade... Warte. Ich brauch dich. Was? Ja, du musst was tun. Du musst mal schauen. Du musst mal schauen. Du musst mal schauen. Was soll ich denn da? Ich kann das nicht. Mein Gott. Das ist so schön zusammengelegt. Das ist auch geil. Ja. Das ist schön. Also doch nicht. Ich hab die Leute gefreut, wenn du dabei bist. Die Mädchen immer schon mit mir. Ich bin nicht da. Oh, ein Video mit Niki. Da wusste ich, dass es lustig wird. So. Mit dir Lannes. Mit dir Lannes. Mit dir Lannes. Vielleicht sollst du deine Accounts einfach übernehmen. Ja. Sonst nennen wir einfach Rungen NG Horses. NG Horses. Das gibt's nicht. Was? Sandra ganz ehrlich. Jetzt fühl mich auch mal. Und du fährst mit dem Fuchsraum. Hubschuhe. Deine Hubschuhe. Ubi. Komm her noch. Er kommt nicht her. Kannst du jetzt? Ja. Schon wieder? Ah ja, da kommt schon wieder. Gute Verdauung. Und hier sind schon zwei fleißig. Eine fleißig, eine geil. Voll gut, Atos. Schau mal einmal nicht hin. Schnappst du du gleich was? Krieg ich auch ein Stückchen. Komm. Kannst du wieder haben? Ja. Jetzt wird's eine richtige Dusse gesandt. Wenn man viel schon Bracken hat. Ja. Aha. Hast du das aufgenommen? Ich glaub ja. Das passt schon mal. Gell? Nächstes Mal machst du den Pferd selber fertig. Mosi. Du hast eskaliert. Pferd. Was machst du? Was? Bibi. Nein. Nicht da. Wurscht. Wir sind bewaffnet mit... Bewaffnet. Be... Bestückt. Oder be... Bestückt. Komisch. Du hast raus, dass sie kein Outtakes-Video werden, sondern ein normales. Also bis da voll voll... Also die Schminke auf der Seite ist auch unten voll verwischt. Nein, das ist voll verwischt. Warte mal. Das ist ja... Da. Das sind immer schlimmer. Doch. Ganz herz. Ist der halt anders aus? Nein. Ja du kannst ruhig rückwärts gehen. Ist nur anstrengend für die was. Da. Mein Kopf ist eckig. Schau mal. Mein Kopf ist eckig. Siehst du das? Und da steht... Deiner ist rund. Meiner ist wirklich eckig. Meiner ist länglich. Ja das stimmt. Das ist ja oval. Meiner ist viel eckig. Pippi hat sich gedacht, er markiert gleich mal die Strecke und kackt auf... oder in die Stangen hinein. Pippi scheißt auf dem Parcours heute. Pippi nicht drauf scheißen. Ist alles gut? Nein. Wie ist der kleiner Kaschfall? Nein. Psst. Ah. So. Fühl mich schon? Ja. Ich weiß nicht was ich am Schluss sagen soll. Achso. Wir hoffen... Nein. Wir hoffen es heute euch da. Ja. Und wir freuen sich natürlich wenn es beim nächsten Mal wieder Leute passiert. Und wenn ihr ein paar Likes da lasst und ein paar Kommentare... Ein paar Likes. Ein paar Abos. Ein paar Abos. Ein paar aus wenn man mir... Man muss abonnieren. Ganz ehrlich, für mich ist es so praktisch. Sie hat einen Youtube-Account. Ich sage ihr welche Videos wir machen und es wird bei ihr hochgeladen. Also... Und ich habe ihre Reichweite. Achso. Die ist so ein bisschen mit mir Freude. Alles für die Reichweite. So. Es ist genug jetzt. Aus. Tschüss. Servus. Ich würde sagen wir beenden dieses Video jetzt oder? Und essen noch weiter. Da sind nämlich noch drei drin. Ja weisst. Das ist... Ah das wegen. Wir haben nur vier solche Sachen. Na gut. Wir hoffen natürlich dass euch das Video gefallen hat. Du bist nicht so arrogant. Du bist arrogant. Wir hoffen natürlich dass euch das Video gefallen hat. Magst du beenden? Warte was, wir machen jetzt was, ok? Du tust den Mund bewegen und ich rede, ok? 1, 2, 3 Wir hoffen, dass euch das Video gefallen hat und bis zum nächsten Mal! Servus!